Tja, ihr lieben, nächste Programmvorschau. Ich habe jetzt auch, ich glaube, jetzt weiß ich jetzt nicht genau, zwei Stunden mit dem Dematria-Stefan auch wieder eine Sendung hochgezogen. Dauert aber noch, dauert noch, bis die dann hochkommt. Aber jetzt da dazu. Ja, immerhin, das ist ja schon mal hier auch eine ganz tolle Aktion gewesen. Obwohl ich nicht weiß, ob die dann auch hilfreich ist, weil wir wissen ja, Petitionen etc. bringen nicht so viel. Aber sie stoßen dann zumindest mal in mein Horn rein. Und vielleicht kriege ich die dann, die Frau Dr. Ich glaube, Galuschka heißt sie, dann nochmal in ein Interview rein. Das weiß ich nicht. Werde ich da auf dem Laufenden halten. Jedenfalls, immerhin, immerhin, das ist doch schon mal, ist doch schon mal eine saubere Sache. Aber nicht nur darum geht es, es geht auch um viele andere Sachen. Könnt ihr dann wieder schauen bei VK, BitChute, Odyssey und Rumble, die sich den Trailer bei Windows TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen und ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss.